Ein Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu Proudetide und wieder zu der gleichen Ne-Mission, wo wir schön abgepackt sind, die wir auch gleich mal machen werden. So, ich hoffe mal jetzt schaffen wir das, das ist auf jeden Fall schon Hardcore, die Ne-Mission. Ich glaube, ich hau gleich mal eine Super-Mega-Attacke raus. Ja, wieder R. Ich und mein R, ey. Ich muss E drücken, verdammt. Ja, ging nicht grad. Weißt du was, jetzt reicht's. Upgrades. Wo ist diese Super-Mega-Attacke? Da ist sie. Ja, rechte Maus, das so, und dann E. Mach ich doch die ganze Zeit, kapisch nicht. Kaufen wir uns das einfach mal alles. So. Also das ist Air-Version, okay. In der Luft, was muss man dafür drücken? In Air, Critical Mass, Critical Mass, aha, und dann Hold. Okay, versuchen wir mal kurz. Ach, ist so richtig? Naja, zumindest so. Warte, ich muss mir nochmal angucken, Mann. Oh, Alter. Die sind auch schwer auszuführen, irgendwie. Hold, rechte Maustasse habe ich. Und dann E. Darf man da vielleicht gar keine Waffe ausgeführt haben? Kann das vielleicht sein? Können Sie mir gut vorstellen. Wo sind sie? Ähm. Ähm. Hallo? Alex, wie heißt er? Oh, äh. Ja, wo muss ich 10.000 Mal kontern überall? Ach, Mann, Kollegen, ey. Ihr geht mir grad richtig auf den Arsch. Sack, ne? Ah, ja, komm. Geht's, Leute, wir kommen. In so fucking Zeit. BAMs, Kollegen, BAMs. In die Fresse, Kollege. Aber wir haben keinen Militär-Einigungen mitgenommen. Wir können sie nicht mehr aufnehmen. Oh, Alter, schaff sie, schaff sie jetzt! Komm! Du bist so schön, Leute, Dinge können uns von hier weg gehen. Wer macht deine Waffe? Ich mach's! Geh's! Ach man. Alter. Ich krieg das wieder nicht hin. Brauche ich wirklich dafür. Fast volle Gesundheit. Könnte nämlich auch sein. Jetzt. Aber wirklich gebracht hat es glaube ich nicht, oder? Na, da lebt immer noch. Eiskalt. Boah, ist das schwer, ey. Die Infizierten gehen auch zu schnell down irgendwie. Finde ich nicht so schön. Na, jetzt haut er wieder deinen sexy Move raus. Mach ich selbst so. Zack. Kann es nicht aufreffen. Geil, jetzt habe ich auch so, dass ich meinen Infizierten da mitgekriegt. Ah man, man. So. Obwohl... Bodysurf. So, ein bisschen mit Fäuste. Ich wollte eigentlich meinen speziellen Move wieder ausführen, aber... Egal. So. Und nochmal. Und nochmal. Ach man. Fünf Militärheimnis, ein Infizierter. Das ist nicht geil. Das ist definitiv nicht geil. Das ist geil natürlich, aber... Der Infizierte geht hundertprozentig gleich down. Auf jeden Fall. Wir müssen den Infizierten ein bisschen beschützen. Ach kacke, ey. Boah, ey. Ey, die nehmen uns so einen Zakt echt wieder mal. Ganz ehrlich. Ja, ey. So was, ich könnte mich mal kreuzweise. So. Die kacke ist natürlich, ich kriege damit auch meine infizierten Heinis selbst im Arsch. Ich weiß nicht, wohin der, äh, die Attacke jetzt sollte, aber kann man auch... Auch geil. Moment. Da sind die Nächsten. So. Perfekt, kommen wir unten. So. Konter. Hier. Hast du den Konter? Oder noch schön in die Fresse. Kollege. Jetzt habe ich wieder... Aber dieses Scheiß ist es, dass Freddy Feier hier anders mehr oder weniger. Also, dass ich auch meinen infizierten Schaden hinzufügen kann. Eher auch mir gerade eben. Geil. Springen halt hoch wie Super Mario. Ja, super. Mach's echt geil. Zack. Und. Bam. Jetzt endlich mal down. Super. Acht Infizierte. Fünfzehn Militär-Heinis noch. Oh, Mann. Ach, Alter. Jetzt hier. Ist der erstaunende Typ. So, der ist da. Jetzt der hier. Ach, scheiße. Konter. Verkackt. Warum der Infizierte auch genau neben mir steht, frage ich mich. Perfekt. Jetzt gibt's Fett auf die Fresse, Kollege. Drei einfach mal so ausgelöscht. Die nehmen auch irgendwie keinen Schaden. Also, die gucken blöd und sagen sich cool. Blöch Spezial-Effekte. Mehr oder weniger. Acht Militär-Heinis. Fünf Infizierte. Oh, Mann. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich werde jetzt... Nee, der war eh schon down. Der Infizierte auch gut. So. Bam. Bam. Bam, Kollege. Ich will ihn in die Fresse. Oh, ich dachte schon mal. So. Konter. Und da stehen wir wieder her. Drei, fünf. Oh, Gott, ey. Ist wieder so knapp. Wobei wir es wahrscheinlich englisch schaffen, ey. Ach, Mann. Aber gerade zähl ich hier schon alle durch. Außer natürlich, weil der Infizierte jetzt meint, mitzumischen wollen, ey. Aber, äh, der ist drauf. Das ist super. Kriege ich den? Oh, jetzt habe ich auch, was ich wahrscheinlich den Infizierten mitgenommen. Ja, haben wir es? Ich dachte schon... Ja, okay, wir haben es. Ich dachte jetzt schon, wir haben wieder verkackt. Alter, wir sind schon bei acht Minuten, aber haben ein Gold dafür geschafft. Und haben es natürlich geschafft. Oh, Mann. Er hat das gedauert. Alter. So, gleich mal die nächste. Ich würde sagen, wir machen schnell eine schnelle Nebenmission. Und zwar einfach mal diese Rennmission. Ja. Machen wir, machen wir. Alter, gingen die mir auf den Sack, ey. Ist halt immer die Scheiße, ey. Weil die Infizierten werden gerne schnell down gehen, ebenso. Und dann hat man eh meistens verkackt. Das eigene Überleben ist ja nicht schwer, aber... Hm. Hat man ja gesehen. Das Schwere ist immer, die am Leben zu halten. Die Infizierten selbst. Aber naja. Haben wir doch mal geschafft. Und jetzt die Rennmission... Der erste Waypoint ist so dermaßen weit weg. Man kann es auch echt übertreiben. Ja, ganz ehrlich. Oh, ist sehr weit. Alter. Der nächste ist natürlich auch so weit. Und da ist noch ein Föhnchen, aber ist mir jetzt scheißegal. Wo sind die denn jetzt so weit entfernt? Und wann ist denn perfekt schaffen? Abbremsen, zu weit oben, noch umgeflogen. Jetzt da lang. Boah, ich renne mehr oder weniger durch die ganze Welt von Prototype. Alter. Kannst du übertreiben, wie weit denn auch? Meine Füße tun schon weh. Ich habe nicht, wie viel Zeit man braucht für Gold. Wir sind schon gleich bei einer Minute. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel Zeit, wenn wir hier raushauen. Was kriegt uns auch noch die Arme hinterher? Weil wir ganz nicht als Radar verteilen. Ach, super. Boah, ey, langsam. Das ist doch kein kleines Mini-Rennen. Ich dachte, das wäre wieder so ein kleines Mini-Rennen. So ganz kurz und so. Ganz locker. Nö. Das dauert Jahre, ey. Hätte ich gesagt. Aber da ist das Ziel. Endlich. Wow. Ich will nicht wissen, was man für Gold braucht. Vielleicht auch nur zwei Minuten? Das könnte auch gut sein. Ich will eigentlich auch noch mal annehmen. Ich will eigentlich auch noch mal annehmen in der Zeit. Was brauchen wir für Gold? Zwei Minuten. Sag ich es doch. Zwei Minuten. Genau, zwei Minuten. Super. Haben wir geschafft. So, und da ist noch eine blaue Kugel. So, was müssen wir annehmen. So, was müssen wir in der Nähe müssen machen? Okay, wir müssen in die Militärbase rein. Okay. Gut, gut. Gut, gut. Sollte zu schaffen sein. Außer natürlich, wenn ich wieder mal Super Mario spiele und auf seinen Kopf lande. Oder, wenn die meinen, einfach die Raketen, wie weiß ich nicht, was los zu werden. Oder einfach mal den Commander mit erledigen. Ist auch mal schön. Naja, mal gucken, was uns da jetzt erwartet. Am besten wäre es natürlich, erstmal Ausschau zu halten von hier zum Beispiel. Wo der Commander denn jetzt genau ist. Aber weh auch, wenn mir gleich wieder so eine scheiß Radarvieh am Arsch hängt. Wir sind überall Radarteile, ey. Das ist ekelhaft. Man hat gerade keine Zeit, irgendwie erstmal Ausschau zu halten. Wann ist die Zeit noch hier? Wo ist der? Da ist er. Falsch. Nein, nein, nein. Dreck, dreck, dreck. Nicht gut, nicht gut. Das ist gut, das ist gut. Na, war klar, ey. Warten, siehst du, das meine ich. Die schießen, wie weiß ich nicht was. Wie die Bekloppten, ey. Alter, man kann es ja auch vielleicht übertreiben. Ja, Heli auch noch. Guck mal, drei Helis, hallo. Wo kommen die her? Mann, Alter. Oh, Strike Package, oh, Strike Package auch noch. Klar, noch mehr Helis. Machen wir eine kleine Heli-Party. Boah, Alter. Strike Package deployed. You may fire freely. Ich bin doch eigentlich in Sicherheit. Was? Mann, Mann, Mann. Kann ich eigentlich schon vergessen. Ganz ehrlich. Switch. Schnell. Boah, ey. Alter. Ne, das schaffen wir nicht mehr. Vielleicht ist nicht mal der Commander respawn. Das kommt ja auch noch dazu. Dazu muss ich erstmal den Commander wieder suchen. Ne, doch, da ist er. Strike Package, bravo. Hi, Commander. So schnell als Alex Mercer verkleiden. Schön die Raketen noch mitnehmen. Macht ja sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, wohin, ey. Boah, Alter. Scheiß Heli. Perfekt. Oh, das wird knapp, das wird knapp. Kommen wir noch in den Bass an? Sag jetzt Bescheid. Kommentar uns so, ne? Wisst ihr Bescheid? Oh, oh. Müssen wir aber schaffen, jawohl. Diese paar Sekunden noch. Oh, haben wir noch geschafft. Perfekt. So, jetzt noch heimliches Verzerren gehabt. Ach, sei ruhig mit deinem Shit. Dein Shit will ich gar nicht mehr hören, dein Shit. Denn ich rauch nur mein Shit. Hä? Hä? Keine Ahnung. So, erstmal an den, der ist am leichtesten. Und Film anco. Ich höre, diese Operatoren sind aus Maryland. Eine fucking Division oder eine andere. Blöcke als Blöcke, diese Böcke. Sie haben keinen Rettung, keinen fucking Protokoll. Sie sind fucking Barbarie. Und sie sind in charge. Lecker. Auf jeden Fall sehr lecker. Ja. Definitiv. Oh, den könnten wir heimlich verzehren gerade. Toll. Voll verkrackt gerade. Na geil. Gibt es hier nochmal eine kleine Mini-Chance für mich? Den lieben Zero? Ich bin doch immer so artig gewesen. Aber ich glaube, der läuft die ganze Zeit hier im Kreis. Dann kommt er gleich wieder an der Ecke an. Ne, jetzt läuft er wahrscheinlich wieder hoch. Oh Gott. Oh, ich hatte gerade die Chance, ey. Super. Komm schon. Na? 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 Ah, hallo. Ich habe die gerade gekillt. Hast du nicht gesehen, ne? Jetzt, Artillerie. Spiel Upgrade. Das haben wir eigentlich schon, glaube ich, oder? Na, egal. Ah, ne. Da gibt es mehrere Stufen. Wahrscheinlich ist es da ein bisschen stärker. Setze ich eigentlich eh nicht ein. Also von daher ist es eigentlich eh für ein Popo. Ja, komm. Dreh dich um. Kollege, dreh dich um. Was sollst du? Hä? Hä? Kannst du was brauchen? Nein. Komm, komm. Heimlich. Fahr doch gerade. Oh, toll. Ich habe gerade... Jetzt. Assault Rifle. Und den verzerren wir jetzt einfach so den nächsten. Ohne heimliches Verzerren. Das dauert mir einfach zu lange. So. Wer mag mir seine Waffe geben? Wer hat Bock? Oh, hier. Äh, Rambo. Aimbot aktiviert. Aimbot, Aimbot. Ne, Quatsch. Aufhören. So. Nehmen wir mal ein fetteres MG hier. Das ist doch schön. So. Wisst du was? Ich verstecke mich jetzt einfach hier. Und verwandeln. Und keiner weiß, wer ich bin. Alles wieder schon ruhig. Äh, wo darf ich raus, Kollegen? Da kann mir mal jemand sagen, wo der Ausgang ist. Ach klar. Ich bin ja mal weg, ne? Tschööö. Viel Spaß in diesem Schweinestall, den ich hinterlassen habe. Sup, 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 sup. R.C. Wir haben hier einen Schaden. Oh, alert all points. feels good. ن